Ich springe nur zu weit da oben. Man kann es schaffen. So, jetzt nervt das Feuer nicht mehr allzu sehr. So, cool. So, wenn du da bist, ist... Guck mal, jetzt kniest du dich hin, oder so. Und dann springen. Ja, jetzt springst du einfach. Und jetzt... Ey, mach jetzt. Jetzt kniest du dich hin, also Shift. Und dann kannst du so dich an die Ecke stellen und einfach über die Leiter laufen. Und dann natürlich, wenn du hier stehst und dann runterrutschst, musst du dich auch festhalten, ne, mit Shift dann wieder. Warum hast du es zugebaut? Damit ich da nicht reinfalle. Boah. Ich hab jetzt gedacht, der wäre da überdrückt, hätte ich den dann noch die ganze Zeit nicht gesehen. Das ist ja hier letztlich nicht schwer in dem Moment. Das ist auch nicht schwer. Aber manche Leute können es einfach nicht, so wie ich. Oder ich. Ich raff's gar nicht. So, pass auf, so Mr. Blizzard. Hier musst du jetzt im Bogen springen. Sprich, jetzt quasi, ihr springt so. Ja, ich seh nur deinen Kopf. Ich seh, ich auch. Alter. Also, du springst dann quasi, jetzt übertrieben gesehen, so ein Bogen. Und landest dann hier, muss ich mit Shift aber festhalten. Dann zieht der sich so an die Leiter ran und dann kannst du hoch. Und dabei natürlich auch rennen. Ja, genau. Dann ziehst du, dann zieht er sich so hoch. Also. Ich geb erstmal dir eine Chance. So, und jetzt da, weißt du, wie du um die Ecke kommst? Ring? Nee, 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 nicht springen. Das kannst du nicht, weil über dir nur eine Zweierhöhe ist. Du musst Shift gedrückt halten, damit du dich so hinkniest. Dann gehst du ganz an die Seite, aber auch schon direkt an die Wand dran, damit du möglichst nah an der Leiter dran bist. Und dann läufst du einfach auf die Leiter drauf, ohne zu springen. Du musst ein bisschen Feingefühl haben. Wenn du merkst, dass du abrutschst, drückst du Shift, um dich an der Leiter festzuhalten. Geht gar nicht. Ja, du musst ein bisschen von der Leiter weg. Und dann so 90 Grad quasi. Du gehst dann so ein bisschen weg und dann dran. Genau. Jetzt gehst du wieder ein bisschen zurück, weil da kannst du einen ganz normalen Einer-Sprung machen. Ah, ich hab mich hier festgehehnest. Ja, na, das sieht sehr gut aus, was du da machst. So, da kannst du auch wieder ganz normal auf die Leiter drauf springen. Ich will nicht sterben. Und hier musst du wieder das Gleiche machen. So ein bisschen Feingefühl. Also hinknien und dann um die Ecke so crouchen. Und dann gucken, wenn du abrutschst, dich wieder mit Shift festhalten. Und natürlich dann, wenn du abrutschst, Andi... Alter. Was ist das bitte für eine Challenge, ohne Witz? Ist doch ganz einfach. Hier, zack. Das ist doch herausfordernd. Du brauchst doch nicht mal das Shift halten. Das weckt den Spieltrieb, ihr Menschen. Wenn du die schwule Kommentare die Menschen dazugeben können, ohne Witz. Du musst dich noch nicht mal das Shift halten. Du musst einfach nur an die Mauer gucken. So, zack, zack. Das ist ganz easy. Ach, das ist doch schwul. Mist, super, Shift. Oh, ohne Witz, ey. Was haben wir denn hier, um euch ein bisschen auf Trab zu halten? Eine Karottenrute? Nee. Karottenrute? Ja, Karottenrute. Kennst du? Baut mal irgendwas cooles. Baut mal diesen komischen Katzenturm. Ein Katzenturm? Naja, das ist doch ein bisschen zu sehr Hardy-like, oder nicht? Ja. Ich hab gehört, du kopierst den Hardy sehr gerne. Ja, natürlich auch. Ich find den cool. Cool im sexuellen Sinne. Äh... Wird dich von ihm sexuell angezogen? Nee. Das jetzt nicht. Ah, leh. Wo sind denn hier die Tränke? Ach, ich glaub, da... Scheiße. Ich weiß noch, ob er XP-Tränke drauf, ne? Nee, Trank der Unsichtbarkeit geb ich euch jetzt nicht, weil... Dann seh ich euch nicht mehr. Hm. Gibt ihr jetzt so'n Flugtrank, oder sowas? Ich könnte den Geschwindigkeitstrank... Ich geb euch mal einen Geschwindigkeitstrank, dann könntet ihr vielleicht weiter springen. Einste. Autsch. Ihr auch, bitte. Bitteschön. Vielen. Danke. Mal gucken, vielleicht kommt ihr damit weiter. So, hier müsste doch noch so'n Erfahrungsflöschchen sein, genau. Faaaaaack. Das ist nice. Hinterficken, ey. Eine leere Karte. Das ist doch schwul, ey. Ohne Witz. So, wenn man mit der Albiike rumkommt. Komm nicht, Petarum. Hm. Ja. Da, guck mal, da. Mr. Flissard schafft's schon fast. Da, guck mal, er hat's geschafft. Okay, jetzt bin ich nur das Opfer, das nicht schafft. Ja. Na, da kannst du jetzt nicht mehr sterben. Na, diesmal bin ich nicht das Opfer. Davor war ich das. Hm, kannst du mal sehen. Der Gorn muss doch gleich das Opfer werden. Ach, nee. Ey, ich bin Minecraft Pro, weißt du. Ja, das war dein Einzige, was du kannst. Genau, ich zeig den ganzen Tag Minecraft und fasch mich nicht. Du musst hier rein springen. Also du musst da hoch und dann musst du hier gleich rein springen. Aber dann mach noch nicht. Ah, ficken. Nein, da warst du gerade. Du musst an den vorstehen. Ach so, hier muss man. Oh, hört hier, Mann. Erlern, da hast du es gleich mal. Mein Gott. Du, inkompetent. Jetzt bin ich inkompetent. Du, inkompetent, wollte ich sagen. Geh mal da weg. Weißt du, man da hoch springt. Das hab ich noch nicht. So, komm, geh mal weg. Wo bist du denn? Ja, hier, geh weg. Ja, ist ja gut. Mach dir da unten. Nicht nervig. Ah, ich liebe den Shader, Motivus in der Sonne. Komm, 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 komm. Gott, du brauchst dich noch nicht mal tocken. Ducken oder so, du brauchst einfach... Na, das wäre jetzt natürlich fail. Okay, hier müsstest du dich vielleicht... Genau, hier müsstest du dich vielleicht ducken. Um hier so rumzukommen, so, zack. Ja, komm. Muss ich mich ducken? Ja, genau, ducken und die Wand angucken. Also, die Wand hier, die du... Oh, bist du krass. Ducken und die Wand angucken. Ja, aber nicht die Wand... Lern, da musst du dich auch mit Shift festhalten. Und ich meinte nicht die Wand hier, sondern die Wand. Alter, ficken. Wo ich jetzt mit dem Gesicht vorklebe. Ja, ich bin gerade noch hier beim ersten Sprung, danke. Ja, bitte. So, was haben wir hier nochmal? Ich hasse Adventure, ich hasse sie. Wie ist hier mal auf die Idee gekommen, so weit überhaupt spielen zu wollen, ey? Ja, einer, der wohl Langeweile hat und ein bisschen springen wollte, wahrscheinlich. Ja. Und Gordon hat sich mal wieder unsichtbar gemacht. Ja, du bist auch unsichtbar. Hä? Sieh nur so eine Flasche. Ich kann's noch ein bisschen verwirrender gestalten. Moment, wo haben wir's? Da haben wir's. Ich komm nicht da rum, wenn ich Shift gedrückt halte. Musste kurz loslassen, so hab ich auch gemacht. Kurz loslassen, wieder draufdrücken. Ja, fast. Wir haben wir töten. Aber ohne springen. Ohne springen töten? Okay. Er muss da rum, darf nicht springen, aber muss dann... Ja, du darfst einfach nicht springen, du musst, äh... Pass auf, wenn du da oben bist, erklär ich dir nochmal, alles klar? Naja, klein Ding. Alles ist gut. So. Das heißt, ich darf jetzt... Du musst jetzt da rumgehen, darf Shift ganz kurz nicht gedrückt halten. Genau, und du musst diese Wand hier angucken. Die. Ja, ich falle aber immer runter. Ja, das ist dann deine Inkompetenz. Ja, ich zeig... Ja, danke. Du musst Shift gedrückt halten, dass du hier so an der Ecke stehst. Ja, guckst du die Wand an, an die du hinmöchtest, lässt kurz los und läufst drüber und hältst dich hier mit Shift fest. Ja, genau das passiert, wenn ich da runterfalle. Ja, dann musst du aber direkt wieder gegenlenken, weißt du, du musst ihn sofort nach links ziehen. Alter, ist doch schwul. Ja, das klingt mega geil, wie diese komischen Dinger da alle reingehen. Den Anus. Mr. Blizzard müsste gleich auch wieder sichtbar sein, so wie ich. Cool. Bin ich schon sichtbar? Ne, neun Sekunden noch. Oh, dann hat deine Flasche aber besser getroffen als meine. Kannst du mal sehen. Ist halt inkompetent, Gordon. Ach, ist doch schwul. Ach, da stand der die ganze Zeit. Oh, nicht schlecht. So. Leander. Den Schlag hab ich gesehen. Ja, der ist aber unverwundbar, oder? Ja, klar. Soll ich jetzt rüberspringen und nochmal rüberspringen und da dasselbe dann, um die Ecke. Wie du eh gerade noch das selber. Alter, du hast ja einen Endermann, halt mal die Klappe. Ne, ein Endermann, mach mal. Das könnte sogar stimmen. Aber trotzdem, das ist nicht gut. Das kann nicht sein. Habt ihr das eine Endermann-Video gesehen, wo da ankommt, so, Entschuldigung? Das ist kein Endermann. Ey, wieso funktioniert das denn? Ach, muss das eine goldene Karotte sein? Würdest du gerade machen? Dann will er auf ein Schwein reiten. Stehst du da drauf? Verquarte mal. Ja, ich hab's dir Schweine zu beschwungen. Ja, du bist so, 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 ein Schwein und dann, da drauf und dann. Ich geb's auf. Ich geb's einfach nur noch auf. Entgegen mal. Aber warum springst du eigentlich dabei? Weiß ich's nicht. Sag, tust du mir, warum ich dabei springe. Ich weiß gar nicht, warum ich da drauf bin. Weil ich halt die Schrift gedrückt, geh an die Ecke, lass kurz los und drück wieder und klappt wunderbar. Ey, versuchen wir's mal. Aber ich bin der andere, ich finde die komplexe. Okay, jetzt hat's nicht geklappt. Für alle, die es nicht wissen, wenn man Items ins Feuer wirft, verschwinden sie, also die Sponsor. Ja, die verbrennen, würde ich sagen, oder? Oh, Lerner, das ist doch jetzt hier nicht so schwer. Das ist schwer. Ja, komm, jetzt bist du da. Mit Respekt mit Noobs, ja. So, und jetzt ganz langsam mal, ja? So, jetzt kniest du dich hin. Das kann ich, ja. Ach so, das andere ist ja noch ein. So, und jetzt läufst du da. Das andere ist genau dasselbe eigentlich. Ja, du läufst einfach nur um die Ecke. Halleluja, Himmelarsch. Endlich auch mal so nicht am Verkacken, ohne Witz. So, das Schöne ist, wenn wir jetzt nicht treffen, dürfen wir das Ganze nochmal machen. Mit der Killstation. So, seid ihr soweit? Alle da? Da reinrennen, oder was? Ey, Mr. Blizzard, hierhin. Wir müssen in das linke Vierecke rein. Wieso? Aber man könnte Rutsch die ganze Zeit rumlaufen. Das linke? Ja, in das rechte sind wir doch gerade schon reingesprungen. Wir kamen doch von der Klickerwand da. Ja, wir müssen da rein. Ach, stimmt. Ach du Scheiße. Ja gut, freiwillige Vorgaben. Ja, sicher. Aber es geht. Ja, klar geht das. Ja, geil. So, ich bin jetzt hier außerhalb der Merk. So, und ich bin der Einzige, der das nicht schafft. Oder auch schafft. Ja, so, alles in Ordnung. So, ich würde sagen, wir müssen jetzt hier das rote Ding bewältigen. Aber ich gucke schon mal gerade nach Ton. Hoaha. Da ist zum Beispiel ein Schwamm. Ach, du bist doch schwul. Und 16 Diamanten. Alter, das ist so geil mit den Truppen, dass man erstmal die ganze Schelle abläuft, um die zu finden. Naja. Dann ist halt der Sinn der ganzen Sache doch komplett perversiert. Oh, Leander, hast du im Latein, äh, Quatsch, im Latein, im Deutsch. Hier ist ein, hier ist ein Trupp, wo nur Blumen drin sind. Oh, Alter. Na, komm jetzt. Ja, sicher. Ich wollte sagen, musst du in Deutsch Leistungskurs, hast du da ein neues Wort gelernt? Hm. Oh. Was hatte ich überhaupt gerade gesagt für ein Wort? Perversion. Ja, natürlich. Das ist doch der Inhalt meines ganzen Lebens. Aha. Ich muss ja wissen, wie das im Vorhörter ist. So. Ja, danke, Sir. Heidegescheuerte. Nein, jetzt habe ich den einzigen Sprung leider nicht geschafft. Das ist natürlich bitter. Eieiei. Eieiei. Nein. Nein, 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 nein. So, komm. Einen Moment. Wie kann man die Sprung überhaupt schaffen? Ring-Shift halten. Oh nein. Wenn man alleine bissen. Ja gut, wenn ihr jetzt nicht gerade unter... Wobei ihr draufstehen würdet, das ist doch sehr viel einfacher. Ja, das geht mir auch gerade so. Ich sehe gar nichts. So. Wo muss ich? Da hin. Bööö. Ne. Da fehlt doch irgendwo etwas. Da fehlt nichts. Ich rutsche da nur runter. Na ja. Das heißt...